Hallo ihr Brettkartner und Tabletop-Spieler, mein Name ist Marcel, ihr kennt mich als Herrn der Spiele und der Monat Mai, das war wieder ein Aufregender mit ganz ganz vielen Spielen und deshalb komme ich, wie so oft, erst jetzt gegen Ende des Folgemonats dazu, den vergangenen, also den Monat April zu reflektieren und ich würde auch sagen, wir fangen direkt an. Es gab ein paar großartige Spiele, es wurde nicht ganz so häufig gespielt und nicht ganz so intensiv gespielt wie im März, aber es waren noch eine ganze Menge Spiele und wir fangen an mit einem Spiel, was ich relativ schnell abfrühstücken kann, das war Daedalus, die Kinder werden älter, ich habe jetzt zwei Grundschulkinder, eine im Kindergarten und da wird jetzt auch häufiger gespielt, Daedalus, ich hatte hier während der Kickstarter-Kampagne, die ja leider abgebrochen ist, hatte ich ein Video dazu gemacht, im Prinzip ist das so ein bisschen, ich sage immer, verrücktes Labio hin für Erwachsene, das ist ein Tile-Lane-Game, bei dem man versucht, mit seinem Helden aus einem Labyrinth herauszukommen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich zweifle daran, dass ihr, also meine Zuschauer, da jetzt großes Interesse daran habt, einmal, es passt ja eigentlich nicht so in meinen Beuteschema, ich spiele es eigentlich nur mit meinen Kindern und zum zweiten ist das Spiel ja nicht erfolgreich gefundet worden, ich weiß, oder es ist nicht gefundet worden, ich weiß auch nicht, ob da irgendjemand nochmal einen Neustart plant, das weiß ich an der Stelle nicht, ich durfte aber den Prototypen behalten und ich habe ihnen einfach meinen Kindern geschenkt, der steht jetzt oben im Kinderzimmer und wird regelmäßig gespielt, ich glaube, wir haben drei, vier Partien gemacht. Jetzt haben wir aber ein super interessantes Produkt und zwar Epochs Cause of Cultures von IceMakes. Ich habe die IceMakes, Leute, kurz vor der erfolgreich ausgelieferten Terrorscape-Kampagne kennengelernt und ja, sie haben mich auch gefragt, ob ich gerne ein Preview machen möchte zur Epochs Cause of Cultures, dem Zivilisationsspiel und natürlich möchte ich das, wer meinem Kanal folgt, weiß, Zivilisationsspiele stehen bei mir hoch im Kurs. Wir haben auch noch zwei weitere in diesem Monatsrückblick, April, die wir uns angucken und ihr seht hier schon eine ganze Menge Bilder, ich habe mich sehr intensiv im letzten Monat mit dem Spiel auseinandergesetzt, hier ihr seht, ich habe das mit neun von zehn Punkten, habe ich das Ganze bewertet und ja, ich habe ein ausführliches Review zum Spiel gemacht. Wir haben es bei Epochs mit einem Zivilisationsbrettspiel, aber einem im Gewand eines Euro-Spiels zu tun, das heißt, wir haben ganz, ganz viele Elemente eines Ziv-Buildings-Spiels, wie zum Beispiel die Exploration, ihr seht es hier an den Teils, aber wir haben eine ganze Menge Euro-Mechanismen, zum Beispiel das Engine-Building, das Aktionsauswahlsystem, wir haben sogar Siegpunkte-Tracks ohne Ende, wir haben Marktauslagen, wir haben Drafting-Mechanismen, eine ganze Menge Hand-Management-Aspekte und trotzdem haben wir immer wieder diese Konfrontation auf dem Spielbord und wir entwickeln unsere Kulturen. Das Spiel macht sehr, sehr viel Spaß, mir und meinen Mitspielern und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das ist eines meiner drei Lieblings-Ziv-Buildings-Spiele auf jeden Fall, weil es eben so viele einzigartige Sachen hat, die ich so bei einem Ziv-Spiel noch nicht gesehen habe. Ich habe das Spiel ja jetzt häufiger gespielt und frage mich immer, was stimmt an dem Spiel nicht, beziehungsweise wo könnte da ein Haken sein und der könnte tatsächlich im Thematischen liegen, denn man spielt ja eine Nation, wie zum Beispiel England, Frankreich, Japan oder so weiter und dann baut man ja seine eben angesprochene Engine auf und die kann tatsächlich ein bisschen abenteuerlich sein, denn da ist man nicht an irgendwelche Gegebenheiten gebunden. Das heißt, auch als Frankreich oder England, den ich hier gerade spiele, kann man auf jeden Fall Wüstenstreitwagen in seine Armee aufnehmen und das könnte so ein bisschen als atmosphärischer Killer wahrgenommen werden. Ich finde es tatsächlich nicht dramatisch, weil man wirklich am laufenden Band sehr thematisch denkt, mechanisch denkt, Entschuldigung. Es ist auf jeden Fall, die Spielmechanik steht im Vordergrund. Ich würde die auf einem gehobenen Kennerniveau wahrnehmen. Ihr seht es auch hier rechts unten, habt ihr es eben gesehen, da gibt es dann also einen Track, bei dem wir immer wieder versuchen, Siegpunkte zu sammeln in sehr vielen verschiedenen Sachen. Es gibt Möglichkeiten, Ressourcen zu tauschen und so weiter. Ich wiederhole mich jetzt an der Stelle, aber ich will wirklich ganz klar machen, dass das ein Euro-Spiel ist. Trotzdem vom Gefühl her, ein Civ-Building-Spiel, man kämpft sehr, sehr viel, man versucht verschiedene Montumente freizuschalten, man versucht sich aufzuwerten. Es gibt verschiedene Regierungsformen, die einem verschiedene Vorteile geben. Das Spiel ist auch noch auf Kickstarter. Wenn ich daran denke, werde ich euch das Ganze in der Videobeschreibung verlinken. Es ist mehr als nur einen Blick wert, sowohl für Leute von Civ-Building-Spielen, als auch für Eurofans. Guckt euch das auf jeden Fall an. War eines der Highlights des vergangenen Monats. Definitiv. Auch hier im Mai wurde es häufiger gespielt. Star Wars X-Ping, hierzu kann ich euch kein Video machen. Ich habe hunderte Modelle in meiner Sammlung. Es ist eines der, naja, ich kann jetzt nicht sagen Ersten, aber es ist ein klassisches Wargame hier, ein Miniaturenskirmischer Wargame, bei dem ihr eben erstmal die Rebellenallianz und das Imperium hattet. Später kam dann noch Scum dazu und die erste Ordnung kam dazu. Habe ich irgendwas vergessen? Und das Bild ist eigentlich gar nicht schlecht. Ihr habt also für jedes Schiff, für jeden Jäger habt ihr verschiedene Stats. Ihr habt so ein kleines Kommando-Board. Ihr habt verschiedene Karten, also ein Loadout, den ihr euch bauen könnt. Und das Besondere an dem Spiel ist, dass ihr eben zu Beginn immer eure Manöverräder dreht. Ihr sucht euch also ein Manöver aus und in aufsteigender Reihenfolge, also beim unerfahrensten Pilot, der dreht dann sein Manöverrad rum, macht dann seine Bewegung und kann dann noch eine freie Aktion machen. Das machen dann alle und in absteigender Reihenfolge, der erfahrenste Pilot zuerst, wird dann geschossen. Das Ganze geht natürlich dann später in Richtung von komplexen Aufträgen. Ich spiele das aber im Moment sehr ausführlich und häufig mit meinen beiden Großen, genau wie Daedalus. und wir schießen uns einfach nur vom Himmel oder aus dem Weltraum. Ich spiele meistens das Imperium, freut mich natürlich. Sie spielen die Rebellen, bekommen natürlich deutlich mehr Punkte. Ich mache es ihnen nicht leicht, ja, also ich lasse sie nicht gewinnen, aber ich möchte natürlich, dass sie mit einem leichteren Handicap starten, dass ich es ein bisschen schwerer habe, weniger Schiffe habe und weniger Loadout habe. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist natürlich jetzt auch nicht perfekt gealtert, gerade so diese Aktivierungsreihenfolge, können wir gleich noch ein paar Worte zu verlieren. Aber durch die bemalten, also pre-painted Modelle auf jeden Fall ein Eyecatcher. Und es funktioniert auch heute wirklich noch gut. Hier ist auch ein Kamerad, der das Ganze mit seinem Kind spielt. Ich muss auch mal irgendwann ein Video dazu machen. Es ist es auf jeden Fall wert. Ich bin super froh, das Spielgehalt behalten zu haben. Meine Kinder haben eh gerade eine große Star Wars Phase. Also daher Star Wars, X-Wing, The Miniatures Game. Ja, wird sehr, sehr gerne gerade gespielt. Jetzt haben wir mal wieder einen ganz klassischen Vertreter unter den Dungeon Crawlern. Ihr wisst ja, und ich schulde euch noch ein Video dazu, wir haben in der Dungeon Crawler Gruppe, haben wir Descent aufgegeben, Descent, Legend der Finsternis und haben einen anderen tollen Dungeon Crawler angefangen. Den spielen wir zu dritt, Nick, Thomas und ich. Aber Thomas hat nicht ganz so häufig Zeit wie Nick. Nick als Freitagsmensch ist da ja sehr zuverlässig. Und da haben wir einfach mal einen Perditions Mouth Abend reingelegt. Also Perditions Mouth, ein, ja, ich will gar nicht sagen klassischer Dungeon Crawler, weil der hat ja durch diese zwei Rondelle, die da mitarbeiten, eine ganze Menge Alleinstellungsmerkmal. Ihr seht, ich habe vor Jahren, da habe ich noch keine Thumbnails gemacht, das ist wirklich schon ein bisschen länger her, mal ein Video dazu gemacht. Vielleicht sollte ich auf jeden Fall mal ein neues Video dazu machen. Guckt mal gerade, ob ich euch was zeigen kann. Das Spiel hat ja in einigen Bereichen einige Alleinstellungsmerkmale. Hier sieht man eben dieses Charakterboard. Ich springe mal gerade ein bisschen zurück, kann ich noch was dazu sagen. Ihr seht, alle relevanten Werte wie Aktionspunkte, Reichweite, Schaden und Verteidigung hängen an der aktuellen Anzahl Lebenspunkten ab. Wir haben dann außergewöhnliche Fähigkeiten, also unique Fähigkeiten pro Charakter. Das ist jetzt Bastian, der Tank. Außerdem kommt jeder Charakter mit einem einzigartigen Handkartendeck daher, denn das Spiel ist in seinem Kern ein Hand-Management-System. Und da haben wir gar nicht so viele verschiedene Dungeon-Crawler. Super lustig, wie ich das hier gemacht habe übrigens. Und die Helden bewegen sich während des Spiels auf diesem Rondell. Da seht ihr, gibt es verschiedene Speichen. Die Speichen haben verschiedene Punkte. Und der simuliert einfach, dass wir, ich besetze jetzt hier gerade die Bewegungsspeiche, nicht alle einfach uns bewegen können. Auch die Spezialspeiche gibt zum Beispiel nur ein Feld. Oder die Rest-Speiche gibt nur ein Feld. Ich finde das wirklich sehr, sehr thematisch, dass wir einfach nicht als Gruppe zeitgleich alle resten und uns ausruhen können, dadurch die Karten zurückziehen können. Denn diese Speichen geben jeweils die Aktionen vor, die wir in unserer Aktivierung machen können. Hier ist einfach sehr, sehr viel Table-Talk notwendig, um durch so einen Dungeon durchzukommen. Das finde ich sehr, sehr gut. Also das macht richtig Laune. Man sollte diesem Dungeon-Crawler definitiv eine Chance geben, wenn man es noch nicht ausprobiert hat. Ich spule jetzt mal ein bisschen weiter vor, um euch noch was zu zeigen. Es gibt ein zweites Rondell, das habe ich euch hier gerade reingereicht. Das ist der Enemy-Stone. Da seht ihr, werden die Gegner aktiviert. Der funktioniert so, dass wir zu Beginn der Gegneraktivierung eine Karte ziehen. Und demnach gibt es verschiedene Aktionen, ihr seht es hier gerade im Bild, die die Gegner machen. Bewegen, angreifen, spawnen und so weiter. Ja, das kann natürlich ein bisschen random werden, aber ist auch ein interessantes Element. Hier seht ihr dann den Dungeon. Wir bewegen uns durch fest vorgegebenen Dungeons. Das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen altbacken. Es werden also keine Teils zusammengebastelt. Es gibt im Prinzip auch keine Exploration, sondern wir haben direkt eine Karte offen, haben dann eine Aufgabe. Meistens müssen wir es durch den Dungeon durchschaffen. Hier seht ihr auch ein bisschen die Gegner, wie die funktionieren. Das ist alles sehr, ja, an der Stelle doch durchaus klassisch. Aber ich finde eben die Art und Weise, wie die Helden aktivieren. Also der Heldenzug, der ist hier wirklich besonders interessant. Ich würde sagen, die Gegner, die sind es wirklich nicht, wie die Gegner aktiviert werden. Die sind wirklich relativ einfach, gehen auch immer auf den nächsten Gegner. Aber das ist ein super interessanter Dungeon-Crawler, der ganz, ganz viel anders macht. Das wird nicht gewürfelt. Es gibt kein Event-System in dem Sinne, sondern ihr habt es wirklich mit einem ganz besonderen Aktionsauswahlmechanismus zu tun, über diese Speiche, genau wie die Gegner. Das ist schon ein sehr, sehr cooles Spiel. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Es wird ja auch viel geschrieben über den Nachfolger, über Soul Spire. Ich weiß jetzt nicht, wann der kommt. Ich hatte ja mal was dazu gemacht. Becky hat was dazu gemacht. Wir sind uns da tatsächlich ein bisschen uneins zur Qualität dieses Nachfolgers. Aber das hier, ich glaube, da sind wir uns einig, ist ein absolut cooler, kooperativer Dungeon-Crawler. Ja, dann habe ich Crystal Collapse gespielt. Da gibt es gar kein Bild dazu. Gar kein Bild dazu. Ich bin der Einzige, der hier überhaupt was hochgeladen hat. Ich habe eine Systemvorstellung gemacht. Und zwar haben wir es hier mit einem Skirmisher zu tun. Aber anders als bei X-Wing haben wir hier einen JRPG Fantasy Skirmisher, bei dem wir uns ein Team aus vier Helden zusammenbauen. Und dann verschiedene Quests spielen und uns auf so einer kleinen Karte, ich scrolle mal hier gerade ein bisschen aus, bewegen, um unsere Aufgaben zu erreichen. Also es ist nicht nur, dass wir unsere Helden zusammenprügeln, sondern hier zum Beispiel haben wir Kristalle, die wir besiegen müssen, beziehungsweise erledigen müssen. Wir haben auf der linken Seite, wie ihr hier seht, einen Siegpunkt-Track. Wer zuerst acht Siegpunkte hat, der hat das Ganze gewonnen. Und das Besondere an dem Spiel ist die Art, wie wir kämpfen. Denn, ihr seht es hier auf der rechten Seite, ich habe sogar Infinity-Würfel genommen. Das kopiert tatsächlich oder entwickelt ein paar Regeln von Infinity weiter. Wir haben nämlich verschiedene Basiswerte. Die stehen auf den Charakterkarten, die wir eben unten gesehen haben. Und diese Basiswerte sind aber wirklich nur der Grundstock. Wir spielen dann eine Karte aus einem Pokerkartendeck. Bitte beachtet, das hier ist ein Prototyp. Später wird es natürlich eigens dafür vorgefertigte Custom-Decks geben. Und wir spielen also eine Karte. Dadurch modifizieren wir unseren Basiswert und versuchen dann bei einem anschließenden Würfelwurf unter diesem Wert zu bleiben. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Element, wo wir wirklich spielen können, wo wir wirklich antizipieren können, wo wir wirklich etwas machen können aus unserem Handkartendeck. Also diese Mischung aus Handkarten und Würfeln, diese Verzahnung, die finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe richtig, richtig viel Lust auf das Spiel. Meines Wissens soll das Ganze, es gab da eine Vorbestellungsphase, soll jetzt bald ausgeliefert werden. Ich hoffe, ganz ehrlich, dass sie da vielleicht noch ein Crowdfunding-Projekt draus machen. Denn da würden sie eine viel größere Reichweite bekommen. Ich würde auch gerne noch mal ein Video dazu machen. Denn das Spiel ist so ein Hidden Gem. Muss man wirklich sagen. Es ist ein Gem. Und da keiner drüber spricht, ich glaube, Tobi von Bier und Brezel hat mal was zugemacht und ich eben, sonst niemand. Ein definitiv ein Hidden Gem. Alles, was da drin steckt, angefangen von der Bewegung, zur Positionierung, zum Kampf, zu den verschiedenen Aktionen. Natürlich haben die Helden auch verschiedene einzigartige Fähigkeiten. Ist so interessant und auf eine spielerische Art und Weise komplex und anspruchsvoll, dass ich richtig viel Bock auf das Spiel habe und das wirklich für Fans des Genres empfehlen kann. Thematisch natürlich auch eine coole Sache. JRPG wird gerade hierzulande kaum bedient. Zumindest kenne ich das nicht. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Die Seite von Worldpacker Games kann ich euch auch mal in die Videobeschreibung packen. Ja, nächstes Spiel, was natürlich Dauergast bei uns auf dem Tisch ist, ist Dogfighters The Hell Wars. Wir haben vorher über Star Wars X-Wing geredet. Dogfighters ist definitiv irgendwo davon inspiriert. Also Markus und Bernhard, die haben das mit Sicherheit gespielt. Wir haben es hier mit einem Luftkampfskirmisher zu tun. Ihr seht, ich habe etliche Videos dazu gemacht. Auch zusammen hier mit meinem Dauergast und Partner Frank haben wir euch das Spiel vorgestellt und haben es dann ausführlich bewertet. Ihr seht, das Spiel glänzt mit wunderschönen Miniaturen. Die sind nicht wie bei Star Wars X-Wing prepainted. Aber dafür können wir deutlich mehr mit den Modellen machen. Wir haben nämlich verschiedene Höhenlevel. Wir haben die Manöver-Dials. Wir haben also keine Manöverräder, die wir verdeckt hinlegen, sondern wir aktivieren auch wie bei X-Wing entsprechend der Fähigkeitsstufe oder des Erfahrungsgrades nacheinander die verschiedenen Piloten. Aber hier kann jeweils der Nachfolgende richtig darauf reagieren. Er beobachtet sozusagen den Pilot, wie er gerade fliegt, kann dann darauf reagieren und dann wird von oben nach unten geschossen. Hier wird auch gewürfelt eine ganze Menge. Da hat es auch einen Ameritrash-Faktor auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Waffensysteme, interne wie Maschinengewehre, Kanonen, externe wie irgendwelche Raketen, die sogar über das Feld fliegen, alles Mögliche. Es gibt dazu Wettereffekte. Es gibt Luftschiffe, also wirklich die verschiedensten Flugzeuge, verschiedene Aktionen. Mittlerweile gibt es auch noch das Maritime, also Naval Combat gab es zuletzt eine Kampagne. Und ja, Kampagne ist wirklich auch ein ganz wichtiger Begriff. Hier spielt ihr nämlich verschiedene Missionen. Ihr versucht Missionen auszuwählen, die eurer Fraktion liegen. Das macht der Gegner dann auch. Jeder versucht, seine Mission erfolgreich zu spielen. Das finde ich ist auch ein deutlicher Vorteil gegenüber solch klassischen Systemen wie X-Wing. Und da ihr nicht beide einfach Deathmatch spielt oder weiß ich nicht, im Vorfeld einfach eine Mission auswählt, die dann jeder irgendwie bearbeiten muss. Also ein super cooles System mit einem super coolen Manöver, also manövrieren. Denn entsprechend der Agilität der Flugzeuge bewegen wir uns auf unterschiedliche Art und Weise. Es gab hier im Grundspiel vier verschiedene Fraktionen. Hier seht ihr jetzt eines von den Luftschiffen, das bayerische Luftschiff. Frank hat die wunderschön bemalt an der Stelle. Es gibt jetzt zwei neue Fraktionen mit den Preußen und den Englandern. Dazu eben der Naval Combat. Also ein wirklich großartiges Spielsystem. Ja, war auch Spiel des Monats bei mir im Februar. Großartig, absolut großartig. Kann ich jedem empfehlen, der Bock hat auf solche Skirmisher-Spiele. Definitiv das bessere Spiel als Star Wars X-Wing. und viele andere Systeme. Ein Glücksfaktor ist auf jeden Fall dabei. Auch kein geringer Glücksfaktor. Aber das Spiel schreibt einfach richtig Thema. So, das nächste Spiel war Factory 42. Habe ich in den letzten Monaten und auch gerade im April auch mehrfach gespielt. Ihr seht, da habe ich auch eine ganze Menge zugemacht. Hier zum Beispiel ein Video, als gerade die Kampagne online war. Mittlerweile ist auch die Erweiterungsbox ausgeliefert worden. Muss ich euch auch mal vorstellen. Wir haben es hier mit einem Worker-Placement-Spiel zu tun. Mit einem Worker-Placement-Spiel, was so den Wirtschaftskreislauf oder den Ablauf einer Wertschöpfungskette in einer Zwergenkolonie thematisch behandelt. Und zwar bekommen wir Aufträge von der Regierung. Das ist im Prinzip auch die Hauptmöglichkeit, Siegpunkte zu erhalten. Wir können dann unsere Arbeiter einsetzen auf verschiedenen Feldern. Nachdem wir unsere Arbeiter eingesetzt haben, werden die der Reihenfolge abgehandelt. Also das Abhandeln der Standorte, wie ihr es hier gerade seht, von der Anforderung zum Verladen, dem Verschicken von Lohren, der Dampferzeugung, der Manufaktur, dem Forschen und so weiter und so fort. Also ein richtig schöner thematischer Prozess, der da abgebildet wird. Und während jeder natürlich versucht, die Aufträge, es kommen später dann noch Aufträge von den Elfen dazu und es gibt dann noch Forschungsaufträge, über die wir auch Siegpunkte bekommen können. Während jeder versucht, es natürlich am effizientesten zu machen, ist es aber gar nicht so einfach, denn wir müssen auch auf die eine oder andere Art und Weise zusammenarbeiten, in der Form, dass eben die Aufträge für sich genommen eigentlich kaum zu erarbeiten sind. Und da kommt dann dieser semi-kooperative Aspekt oder der semi-konfrontative, also ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, denn wir spielen definitiv für uns und gegeneinander, aber zu einem gewissen Grad müssen wir eben zusammenarbeiten. Das fängt eben schon bei der Anforderung an, aber auch beim Beladen von Loren und beim Verschicken. Also ein richtig cooles, thematisches Eurospiel auf dem gehobenen Kennerniveau, was eben jetzt durch diese Erweiterung neue Arbeiter bekommt, durch die Golems und die Specialists. Es gibt auch ein paar Refinements, verschiedene Aktionen, also diese Golems- und Specialists-Erweiterung. Großartige Sache. Guckt euch das gerne mal an, Dragon Dawn Productions hatten wir ja vorher schon mal bei Perdition's Mouth. Es ist dieselbe Welt, in der Rennen da, also der Designer arbeitet. In eines meiner Lieblings-Euro-Spiele, was ich immer wieder gerne auf den Tisch bringe. So, und jetzt haben wir was ganz Besonderes. Kann ich euch kein Video dazu zeigen. Ein Spiel, was ich vor Jahren mit einer, ja, leider mittlerweile aufgelösten Gruppe komplett durchgespielt habe. Mit jeder Erweiterung Willen des Wahnsinns. Mansions of Madness. Und meine Frau und ich, wir haben da so ein Pärchentreff. Und da spielen wir mal alle möglichen Spiele an und gucken mal, welches wir dann häufiger spielen. Das ist tatsächlich ein klassischer One-Versus-Many-Crawler. Es gibt hier einen Bewahrer, im Lovecraft-Universum natürlich. Die anderen Spieler spielen die Ermittler und versuchen eben ein, ja, ein Mysterium aufzuklären. Die werden da vor ein Mysterium geworfen, landen dann meistens in irgendeinem Herrenhaus, in der Höhle und so weiter und so fort. Es gibt dann ein, ja, ein Geheimnis, das es zu lösen gibt. Und dieses versucht der Bewahrer natürlich für sich zu entscheiden. Es gibt da verschiedene, ja, Aufbauanweisungen, die der Bewahrer zu Beginn des Spiels entscheidet, sodass man auch einen sehr hohen Wiederspielwert hat und das Ganze auch nicht zweimal erlebt. Ja, und im Laufe des Spiels explorieren natürlich die Ermittler, sprechen sich ab. Der Bewahrer reagiert darauf. Er hat dann verschiedene Karten, mit denen er arbeiten kann. Natürlich hat er verschiedene Kultisten oder Monster, die er den Ermittlern in den Weg schmeißt. Ja, und so erleben die Spieler eine, wie ich finde, super coole Geschichte. Dem Bene hat es leider nicht so gut gefallen. Sarah und Kerstin fanden es richtig gut, hätten es gerne weitergespielt. Ich fürchte, Bene möchte es nicht nochmal spielen. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Der hat gesagt, es passiert ihm zu wenig in dem Spiel. Ja, ich sehe das auf jeden Fall anders. Ich liebe solche Spiele. One vs. Many sind wahrscheinlich meine Lieblingsspiele. Ich bin häufiger der One und plotte und intrigiere gerne gegen die Gruppe. Ich spiele aber auch gerne mal einen Ermittler mit. Ist bei mir ein absoluter Keeper. Ich hoffe, dass ich es vielleicht mit einer anderen Gruppe mal wieder auf den Tisch kriege. Wir haben an dem Abend zwei Szenarien gespielt. Ende April war es. Und ich war sofort wieder im Spiel drin. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Willen des Wahnsinns. Und jetzt kommen wir eben zu dem großen, geilen Crawler, der Descent abgelöst hat. Legenden der Finsternis. Und der mir wieder so viel Spaß gemacht hat. Ich habe kein Video dazu gemacht bis jetzt. Sollte ich eigentlich mal machen. Das Rating unterschreibe ich. Das ist wirklich ein anspruchsvoller Crawler. Nicht unbedingt thematisch. Da ist er nicht extrem gut. Er ist definitiv besser als Descent, finde ich. Aber die Stärke des Spiels liegt auf jeden Fall in den Charakteren. Ich zeige euch hier mal was. Das sind also die verschiedenen Charaktere. Oder beziehungsweise sind einige der Charaktere. Und das ist es eben. Sie kommen mit verschiedenen Handkarten daher. Das ist hier vom Tinkerer in dem Fall. Und die Charaktere, beziehungsweise die Spieler, wählen für ihre Charaktere zu Beginn jeder Spielerrunde zwei Handkarten, legen die verdeckt hin. Das ist dann zum einen wichtig für die Initiative. Vor allem aber müssen sie dann mit den zwei Karten arbeiten, indem sie einmal die obere und einmal die untere Aktion auswählen. Das tun sie aber, nachdem alle anderen Informationen bekannt sind. Zum einen die Informationen über das, was macht mein Mitspieler, was machen meine Mitspieler und was machen die Gegner. So, und jetzt hat natürlich jeder ein gewisses Profil. Der Brood zum Beispiel ist ein Tank, den man aber auch so ein bisschen in Richtung Berserker spielen kann. Mind Thief sieht man hier an der Stelle. Ja, und dann versucht man eben als Gruppe wirklich, Isaac Childs hier, versucht man hier die teils sehr anspruchsvollen Abenteuer zu lösen. Man hat auch einen Legacy-Mechanismus in der Form, dass man hier nach und nach verschiedene Szenarien freischaltet. Man kann sogar seine Karten verstärken, indem man hier Aufkleber draufklebt. Die Abenteurer, Mercenaries heißen sie, gehen dann irgendwann in den Ruhestand. Sie werden dann ersetzt durch neue, die man freischaltet. Also ganz ehrlich, eine absolute Perle von einem Dungeon-Crawler. Ich habe mittlerweile über 130 Partien von Gloomhaven gespielt. Alle analog, die ich dann in der App gespielt habe, kommen nochmal dazu. Frosthaven steht bereits im Regal. Sowas Geniales habe ich leider nicht. Ja, könnte man sich natürlich beschaffen, aber am Ende muss man das natürlich auch alles lagern. Aber jede Partie Gloomhaven ist irgendwie ein Fest. Durch die notwendige Kooperation, durch den Table Talk, durch die Verzahnung der verschiedenen Charaktere, die alle so wunderbar miteinander kombiniert werden können und durch diese Rätsel, die man einfach lösen muss, dass man wirklich gucken muss, wie mache ich das jetzt, was mache ich jetzt mit meinen Charakteren, um da durchzukommen. Großartiges Spiel, Gloomhaven. Und da kommen wir auf jeden Fall zum Spiel des Monats. Diesen Monats, aber es wurde schon letzten Monat kräftig gespielt, Era of Tribes. Und da haben wir das zweite Zivilisationsspiel des Monats. Ihr seht, ich habe zwei neue Videos gemacht. Eine zu der Glaube- und Verraterweiterung. Die war vor kurzem bei Kickstarter, wurde leider abgebrochen. Ich garantiere euch aber jetzt, die kommt auf jeden Fall wieder. Und das ist eben das bekannte Spiel, das jetzt viele von euch auch schon haben. Ihr seht, eine gigantische Karte von Europa, dem Mittelmeerraum, Nahe Osten und Afrika. Und in seinem Kern ist es ein Spiel, was mit einem Aktionsauswahlmechanismus arbeitet. Jeder hat eine Fraktion. Ihr seht hier die Fraktion der Gallier, mit diesem gelben Miepel in dem Fall. Die Fraktionen spielen sich deutlich unterschiedlich. Ihr werdet eure Anführer, das sind diese großen Miepel, verwenden, um verschiedene Aktionen auszuführen, wie zum Beispiel das Handeln, das Besteuern, die Diplomatie, die Forschung, die einen eigenen Baum hat. Oder aber ihr werdet eben eine der Hauptaktionen machen, das Expandieren, werdet euch ausbreiten, werdet Städte gründen, werdet Kämpfe machen. Kämpfe sind ja auch sehr interessant in dem Spiel, denn wir haben hier ein einzigartiges Battleboard, bei dem wir im Vorfeld schon über Werte wie Moral, Mechanik oder eben die Kampfkraft entscheiden können, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir erfolgreich aus so einem Kampf rausgehen. Ihr habt dann einen sehr interessanten Mechanismus, wie ihr nach und nach neue Vasallen freischaltet, diese aufs Feld bringt. Ihr seht es gerade hier bei mir. Das Spiel balancet sich auf die verschiedensten Arten und Weise, auch selbst über diesen Moraltrack, über den Bau von Städten. Und ihr hört es raus, ich bin absolut begeistert von dem Spiel. Es ist eines der drei besten Zivilisationsspiele, die ich bis jetzt gespielt habe. Epochs habe ich vorher dazu gespielt. Ihr hört es aus der Erklärung jetzt schon raus, die beiden Spiele haben nichts als das Thema miteinander gemeint. Das ist deutlich thematischer, Era of Tribes. Aber sonst haben die beiden Spiele einfach nichts miteinander gemeinsam. Ich will jetzt nicht wieder auf Epochs mit diesem Handmanagement und dem Engine Building Aspekt eingehen. Hier haben wir einen Aktionsauswahlmechanismus. Hier haben wir eben das wirkliche faktische Bewegen über die Karte, über den Forschungsbaum. Großartiges Spiel. Und ihr habt es eben gesehen. Schaut auf jeden Fall mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ich habe euch hier Glaube und Verrate, habe ich euch auch vorgestellt. Das erweitert das Spiel. Dann nochmal um eben Religion und Spionage, zwei Expertenaktionen, kann ich euch ganz klar jetzt schon mal sagen. Und es kommt auf jeden Fall wieder. Also wenn ihr euch das Video anguckt, dann guckt ihr euch das nicht umsonst an. So, Lisboa. Lisboa haben wir ein paar Mal auch gespielt. Ich bin hin und weg von dem Spiel. Das Spiel kommt nur deshalb nicht so häufig im Moment auf den Tisch, weil so viele andere Spiele auch gespielt werden. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, es ist derzeit mein Lieblings-Lacerda. Ich finde es deutlich besser als On Mars. Ich werde sobald ich kann, wahrscheinlich, also im Juni, ein Video zu machen. Hier geht es darum, dass wir eben die Stadt Lisboa im 16. Jahrhundert zerstört durch dieses schreckliche Erdbeben wieder aufbauen. Das heißt, wir versuchen hier auf der rechten Seite des Boards Gebäude zu bauen, sowohl geschäftliche Gebäude als auch Regierungsgebäude. Das tun wir eben, indem wir hier unser Portfolio bauen beziehungsweise die Adligen besuchen, also den Baumeister, den Kanzler heißt der, glaube ich, und den König. Dann gibt es verschiedene Aktionen, die wir dadurch machen können. Es ist also auch im Kern ein Handmanagement-Spiel. Wir müssen also pro Aktivierung, pro Spielerzug, müssen wir eine solche Karte spielen. Und dann geht es halt los. Dann ist das Ganze Lacerda typisch. Da sehen wir den Meister übrigens unfassbar verzahnt. Aber zeitgleich ist das Ganze auf einer thematischen Ebene nachvollziehbar. Und zwar meiner Meinung nach deutlich nachvollziehbarer, als es zum Beispiel ein On Mars ist. Ich finde das Spiel großartig. Und ich sage jetzt schon mal, das Spiel wird immer wieder bei mir auf den Tisch kommen. Es ist relativ leicht zu erklären für so ein Expertenspiel. Es macht großartigen Spaß. Und es dauert auch nicht zu lang, dadurch, dass einfach die Karten irgendwann leer sind, hier auf der linken Seite und das Spiel dann automatisch endet. Also großartig wird definitiv eines der Highlights diesen Jahres sein. Das hier ist auf keinen Fall ein Highlight. Ich habe mit Kerstin mal wieder angefangen, Charterstone weiterzuspielen. Eieiei, das war wirklich nichts. Oder nach wie vor ist es nichts. Es ist ein Worker-Placement-Spiel mit einem Legacy-Aspekt. Ich habe kein Video dazu gemacht. Ich habe auch keine große Lust, ein Video dazu zu machen. Das Schönste am Spiel sind die Metallmünzen. Ja, wir bauen so unser Charter auf. Es werden immer mehr Regeln freigeschaltet. Ihr seht es hier an diesem Regelbuch. Ja, und im Prinzip ist alles, was wir machen, wenn wir dran sind, ist eine Figur einsetzen oder unsere Figuren zurückholen, eine Aktion ausführen. Dann gibt es natürlich so Zielkarten. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie wir halt gerade Siegpunkte machen. Und der Selling-Point ist halt, dass sich das Board entwickelt und dass wir immer neue Karten freischalten, neue Gebäude bauen, ein paar neue Regeln halt freischalten. Dann bekommen wir verschiedene Helfer. Aber wow, also das Spiel ist meines Erachtens nicht gut gealtert. Wir quälen uns gerade so ein bisschen durch. Kerstin spielt gerade ein anderes Spiel deutlich lieber. Ich hoffe, wir kriegen es einfach mal durch. Ich habe dann das Recharge-Pack. Ich werde dann auf jeden Fall das Grundspiel mit dem Recharge-Pack verkaufen, um einfach ein bisschen Platz im Regal zu schaffen. Aber irgendwie finde ich es halt auch unbefriedigend, so ein Legacy-Spiel nicht durchzuspielen. Einen habe ich noch für euch, nämlich das dritte Zivilisationsspiel im Bunde. Ja, den Zweispieler-Ableger von History of the Ancient Seas, Sound of Drums. Großartige Serie, History of the Ancient Seas. Hier, ich sagte es gerade, die Zweispieler-Variante, ich habe sie hier vorgestellt. Im Prinzip funktionieren alle drei Spiele ganz genau gleich über einen Aktionsauswahlmechanismus. Das ist dann auch schon die Gemeinsamkeit. Sorry, dass jetzt hier gerade dieser Schriftzug ist. Kann ich jetzt nicht ändern. Hier unten habt ihr also diesen gemeinsamen Aktionsauswahlmechanismus. Da ist dann auch der Unterschied zu Era of Tribes und natürlich in ganz vielen anderen Facetten. Komme ich gleich nochmal drauf. Wir haben also hier diesen gemeinsamen Aktionsauswahlmechanismus mit den verschiedenen Aktionen, wie zum Beispiel Angreifen, Bewegen, Handelsposten, Waffenstillstand und so weiter. Da platzieren wir dann einen unserer Spielsteine, führen dann die Aktion aus. Ihr seht, hier haben wir eben auch einen kleinen Ausschnitt des Mittelmeerraums. Wir bewegen uns über den Raum. Wir versuchen verschiedene Provinzen einzunehmen, Inseln einzunehmen. Dafür bekommen wir dann Siegpunkte. Wir entwickeln uns auf dem Forschungsbaum weiter. Es ist kein Baum in dem Fall, sondern es ist ein Tableau. Wir versuchen so weit wie möglich nach rechts zu rutschen. Wenn wir ganz rechts ins Golden Age kommen, bekommen wir nochmal einen zusätzlichen Siegpunkt. Sehr interessant ist auf jeden Fall auch das Marketing Board, denn wir versuchen Handelsposten zu errichten, die im besten Fall dann noch durch Festungen oder Häfen aufzuwerten, denn dadurch generieren wir Einkommen. Zeitgleich liefern diese ganzen Handelsposten auch noch Nachschub. Nachschub ist notwendig, um die Armeen rekrutieren zu können. Ihr seht schon, verzahnt, 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 aber auf eine wirklich sehr angenehm, einfache Art und Weise. Die Komplexität von Hellas oder der ganzen History of the Ancient Seas-Serie wächst einfach aus der Verzahnung und aus dem Handeln der Spieler. Es ist ein wunderbares Spiel. Mir gefällt Maren Nostrum, also die Vier-Spieler-Variante am besten. Fünf-Spieler-Variante. DSI-Rei ist auch ein großartiges Spiel, zu dritt. Hellas funktioniert auch großartig, aber ich spiele eben gerne mit mehreren Leuten am Tisch. Es gibt etliche Erweiterungen zum Spiel und es ist eben das dritte, also wir haben tatsächlich im April alle drei Zift-Building-Spiele gespielt, die ich richtig feiere. Das ist meine Top 3, die drei History of the Ancient Seas, Era of Tribes und Epochs. So, ja, und jetzt wollt ihr natürlich wissen an der Stelle, was ist mein Spiel des Monats, was war mein Flop des Monats. Die Set ist nicht mehr dabei, haben wir nicht mehr gespielt, ist jetzt fertig, ich will noch ein Video zu machen, aber es war ein anderes Spiel, ihr habt es schon eben rausgehört, was mir wirklich überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat. Ja, ich will jetzt nicht sagen, Zeitverschwendung, das würde dem Spiel auch irgendwie Unrecht tun, aber ich hoffe einfach, dass wir endlich mal irgendwann durch die Kampagne durch sind. Es handelt sich um Charterstone. Ich finde, das Spiel ist nicht gut gehandelt, gealtert. Es ist ein einfaches Worker-Placement-Spiel. Ich finde diesen Schwierigkeitsgrad oder den Weight finde ich sogar ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich würde es definitiv nicht über 2,2 ansiedeln. Es passiert halt so wenig auf dem Spielboard. Ich kann euch jetzt nicht so viel dazu zeigen. Wäre auch doof. Ein Spoiler würde ich dann haben, ihr habt hier diese verschiedenen Charter und klebt dann eure Aufkleber rein. Ja, aber viel mehr passiert halt auch nicht. Wir versuchen dann halt irgendwie Siegpunkte über diese Fortschrittsleiste zu machen. Ich will eigentlich gar nicht drüber reden. Das war einfach nichts. Wir versuchen halt uns durchzuspielen. Ja, und Era of Tribes, das ist halt genau am anderen Ende dieses Strahls zu verorten. Weight 4,2 ist das wirklich so anspruchsvoll. Ich würde sagen, jetzt, wo Glaube und Verrat, also Religion und Spionage in den Startlöchern stehen. Ich weiß nicht, wann Arne das Ganze relauncht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich wahrscheinlich so bei 3,9, höchstens 4,0 beim Komplexitätsrating landen. Aber Leute, das Spiel macht außergewöhnlich viel Spaß. Es ist so genial, wie man sieht, wie sich diese Karte nach und nach bevölkert von den verschiedenen Fraktionen. Man holt sich die verschiedenen Güter. Man braucht ja auch alles miteinander verzahnt. Alleine diese Expansion macht so viel Spaß. Denn da steckt die Moral drin. Da steckt Nahrung drin. Da steckt die Anzahl der Städte drin. Wie viele Vasallen können wir dann einsetzen? Und dann balancet sich das Spiel eben immer selbst. Weil auch durch die Stadtgründung verlieren wir dann wieder Nahrung. Und es kostet uns Moral. Und das ist halt so ein Catch-up-Mechanismus, der die anderen Spieler wieder ins Spiel bringt. Zeitgleich haben wir diesen wunderbaren Forschungsbaum, wo wir so variabel spielen können. Jedes Spiel läuft anders. Die verschiedenen Fraktionen tun ja Übriges dazu. Ich mag zum Beispiel Rom sehr, sehr gerne, die mit den Legionen aufwarten. Ganz anders spielen sich die Nordmänner. Die pillagen können, also die plündern können. Die Ägypter können sehr, sehr leicht forschen, Städte bauen. Also so eine große Vielfalt. Und es ist ein Spiel, was wirklich sehr lange dauert. Ihr könnt es ganz natürlich begrenzen, genau wie Hotas auch, indem ihr einfach nicht so lange spielt. Es gibt ja verschiedene Siegbedingungen. Man kann zum Beispiel einfach in Ancient Times, also in der Antike, enden. Muss nicht ins Hochmittelalter spielen. Aber wenn ihr Zivilisationsbrettspiele mögt, dann ist das eines der besten. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Und es ist mein Spiel des Monats. Ich finde es absolut großartig. Ein Meisterwerk, was Arne da kreiert hat. Black Beacon Games. Ja, und jetzt möchte ich natürlich von euch hören, was ist euer Spiel des Monats? Was habt ihr am häufigsten im April? Ich versuche den Rückblick Mai wie immer früher zu machen. Ich gebe mir Mühe. Jetzt wurde es ja schon wieder Ende Mai. Aber es interessiert mich jetzt, was war denn euer Spiel des abgelaufenen Monats? Habt ihr vielleicht auch einen Flop gemacht? Warnt mich gerne dafür und werbt für euer Spiel des Monats. Vielleicht gucke ich mir das gerne mal an. Ich bin ja auch immer interessiert daran, neue Spiele kennenzulernen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und läutet das Glöckchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis ganz bald. Marcel, euer Haar der Spiele. Ja. 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 Vielen Dank.